denn wir werden hier schließlich wahrscheinlich inzwischen gesucht werden in der leichenhalle und dann sollten wir uns nicht unbedingt in einer bar aufhalten wo nur staubmenschen sind also geredet haben wir bisher mit ihr mit ihm und mit ihm hier hinten das heißt wir haben noch ein paar gäste die wir ansprechen könnten aber das machen wir beim nächsten besuch erst mal jetzt raus hier und dann können wir einen der marktplätze aussuchen denn wir wurden ja von bern dem sender gebeten da jemand eine nachricht zu überbringen und wir können unser ganzes gerümpel loswerden für ein paar klimper denn unser inventar schon ziemlich voll gemüllt vor allem mit sachen die man auch wirklich nur verkaufen kann die ganzen waffen unter anderem was gibt schon gut nur wo ist hier marktplatz können wir die anschlagsäule vielleicht mal kurz fragen aber ich glaube die hatte nur sachen die hier in der gegend sind graffitis und zettel die haben wir schon durchgeguckt da stand nirgendwo was von am marktplatz und in direkt fragen können wir anscheinend nicht schade na gut dann gehen wir aber mal ein bisschen durch die gegend irgendwann werden wir schon auf den marktplatz stoßen oder jemanden der sich zumindest anbietet uns den marktplatz zu zeigen ein kupfer und ich sag dir wo es lang geht ein schlepper der laute dreckige typ schlendert auf dich zu und verbeugt sich kurz grüß dich schleifer meine schlepper dienste für nur ein paar kupfermünze ne nur für eine kupfermünze willst du von mir tipps haben was ist denn ein schlepper der mann zieht eine augenbraue hoch und zuckt an die schulter ein führerschleifer ich gebe dir tipps damit du dich in diesem stock zurecht findest na gut hier hast du ein kupferstück der mann nimmt die münze und verbeugt sich in diesem stock hier gibt's tore die nach osten norden und südwesten führen hier ist auch die spelunke wo sich müde vollblüte ausruhen können was sind denn vollblüter und warum nennt er uns schleifer die haben hier echt eine komische sprache fast so komisch wie mortis wo ist denn die spelunke mitten in diesem stock schleifer ein langes schmales gebäude die tür zeigt nach südosten guter platz als absteige für eine nacht wenn du so richtig korrig bist und kommt man durchs nord tor zum lumpensammler platz da ist wahrscheinlich ferret also wenn er nicht so schnell dahin wir wollen ja ein bisschen vorbereitet sein aus dem ost wo sind wir gerade gekommen was ist mit dem südwest tor zu einem anderen teil des stockes schleifer das büro für schüttlings und solchen bekämpfung ist da und ein großer markt okay das büro kennen wir aus einer der zettel von der anschlag säule die haben das kopfgeld ausgesetzt auf die ratten beziehungsweise deren schwänze und der große markt ja das klingt doch gut das ist alles was ich wissen wollte lebt wohl südwest tor mal schauen das hier wird die spelunke sein und was hat der dafür tiere um sich rum dein erster eindruck von ma ist dass er dringend ein heißes bad braucht und zwar in grüßlicher entfernung von allen wesen die irgendeine art von geruchssinn besitzen du siehst fast wie der gestank in gelben schwaden von seinem körper aufsteigt hat er die alle durch sein gestank umgebracht er winkt dich aufgeregt herbei um mit dir zu sprechen na gut nähern wir uns mal ein ausdruck des erstauns macht sich auf seinem gesicht breit als du näher kommst schön dass du dir die zeit nimmst ich bin ma und ich würde dir gerne dich gerne an einem gefallen bitten ich höre es geht um leben und tod ich muss dieses kästchen hier abliefern sonst geht es mir an den kragen leider habe ich mir ganz schön das bein verstaucht würdest du mir dieser patsche helfen und es für mich zustellen du hast also dein bein verstaucht na gut wir werden es zustellen aber wir wollen eine belohnung dafür haben da können wir hoffentlich gleich nach fragen langsam holt mal ein kleines kästchen aus seiner zerlumpten kleidung hervor eine spur des bedauerns rutscht über sein gesicht ist aber schon verflogen als er dich anschaut und dir das kistchen gibt als ihr es kurz gleichzeitig berührt schimmert es leicht als mars die ganz anvertraut hat hörst du einen seufzer der erleichterung und was nun es muss zu kuatra gebracht werden er treibt sich wahrscheinlich irgendwo in südosten der stadt des stocks herum ach ja bevor ich vergesse egal was passiert öffne das kästchen nie und verlasse den stock nie damit du bist gewarnt und jetzt mach dass du fortkommst von der belohnung hat er nicht gesagt und das ganze getue ist ganz schön komisch aber ja südosten des stocks bei einem kuatma kuatra wir kommen wieder wenn wir das kästchen abgeliefert haben bis dann mein tagebuch auf den neuesten stand gebracht und er läuft kichernd weg skurriler tut gucken wir uns das kästchen mal an dieses kästchen ist im ganzen stock eine legende es kursieren unzählige geschichten darüber und keine davon verheißt gutes für den besitzer gefühle des schreckens scheinen von dem kästchen auszugehen und es hat einen großen roten punkt nein wir drücken da jetzt nicht drauf und wenn wir irgendwann diesen kuatra mal finden dann müssen wir uns überlegen ob wir ihm das wirklich geben oder ob wir das kästchen behalten schon wieder schläger unser namenloser kriegt ganz schön auf dem deckel morde flucht doch mal ein bisschen für uns flucht der litanei auf den da dreckiger schlucker dreckiger schlucker das geht aber besser morde oder wie kannst du es gleich noch mal ja auf den da troll vater troll vater naja schon gut also die prostituierte die eigentlich ein paar bessere beibringen müssen als troll vater und schlucker so schmuck ist immer gut noch mehr schmuck und kopf wir wollten eigentlich durch südwest tor ne ja das sieht wie ein tor aus reben mit schwarzen blättern die stile sind extrem scharf aus na gut und hier soll jetzt der marktplatz sein und das büro gut gehen wir erstmal zum marktplatz dürfte leicht zu finden sein ich bin weg und das hier ist ein büro das sieht so komisch aus dieses fenster wenn es eins ist scheint aus einem blauen stein zu bestehen das sich unter deinem blick verändert und verbiegt es glüht sanft im matten licht der stadt vielleicht eher irgendwas von magiern aber hier scheint schon am marktplatz zu sein alle schreien um ihre wahren feilen zu bieten kräuter und gewürze kalte schafe irgendwas essgeschirr aber der hier scheint mit waffen zu handeln dieser mürrische dreinblickende alte scheint verschiedene handwaffen zu verkaufen ah tretet näher tretet näher ihr wolltet sicher meine klingen bewundern nicht wahr also eigentlich wollen wir unsere klingen und knüppel verkaufen aber ja also was haben wir alles schönes wir haben wir sind hier rechts ne ja ein bronze armband lauter sachen die er nicht haben will oder sachen die wir nicht verkaufen wollen soviel dazu aber morde müsste jeder wegen krimskrams haben ok die ganzen keulen will er auch nicht der meiste rest ist nicht viel wert ah doch der kupferohrring der mit dem kleinen geheimfach drin das ist doch schon mal gut aber sonst echt ein wenig ernüchternd dass wir den ganzen knüppel nicht verkaufen können und den einfachen schmuck also diese kupferringe ne bronzerringe ok dass er den arm nicht will ist nachvollziehbar hm gut was hat er jetzt noch für waffen ein misshandler 1-4 durch wucht ne den werk sind wir besseres gewöhnt eine streitachs der qualität 2-9 durch klinge und itw 0 plus 1 ja und das kupfer hätten wir auf jeden fall über also die nehmen wir schon mal den rest haben wir ihm verkauft und irgendwelche neue zähne für morde hat er auch nicht also gut das nehmen wir doch mal ein misshandler ne gar nicht eine streitachs der qualität war das aber der misshandler klang irgendwie bösartig so was verkaufst du also er verkauft kräuter sie verkauft geschirr sie verkauft fisch wir wollen keinen fisch und irgendwo muss hier noch dieser aufseher sein wie hieß der noch ne das war der falsche wir haben wir sollen kuatra suchen ja wir sollen kradok eine nachricht überbringen von bern von bern kradok und er ist aufseher hier auf dem marktplatz und er soll sehr groß sein trifft das auf einen von euch zu ja der da ist groß hat eine böse axt da sollten wir ganz vorsichtig sein was wir sagen du siehst einen riesenhaften mann der sich mit gerunzelter stirn zusammengepressten lippen und zusammengekniffenen augen die gegend anschaut sein leichter buckel sieht aus als trage eine schwere last mit sich seine klamotten stinken nach schweiß und schmutz sei gegrüßt der mann schaut zu dir hinunter und seine stirn legt sich in falten hey was schnüffelst du hier rum bist du kradok vielleicht er betrachtet eingehend dein gesicht als ob er versucht sich an dich zu erinnern und wenn schon was geht dich das an ich bringe eine botschaft von bern im sender sie lautet die lieferung muss am dritten tag in verdammnis sein oder eine strafe wird fällig zum teufel was sind das bloß für idioten glauben die wir können hexen na schön deine botschaft hat die richtigen ohren gefunden was das auch immer nützen mag wo liegt denn das problem schau dir doch mal um kradok legt den arbeitern auf den marktplatz zu und macht ein mürrisches gesicht diese bummelanten und schwachkopf wir kommen nicht zu potte und nun soll das ganze doppelt so schnell fertig sein brauchst du hilfe für ein paar kupfermünzen will auf jeden fall helfen ich sag dir was ich brauche dass das dass sich alle meine leute hier bei der arbeit blicken lassen gelai habe ich schon seit heute morgen nicht mehr gesehen und ich brauche ihn jetzt und hier gelai wo ist er hingegangen wahrscheinlich einfach nur schlafen wenn er so viel hier arbeiten muss dieser idiot aus dem stock ist wahrscheinlich irgendwo sturzbesoffen da draußen bei der schwellenden leiche obwohl er uns hier treffen wollte äh helfen wollte dieser taugenicht ich könnte ihn für dich finden gegen ein gewisses entgelt natürlich kradok schweigt einen moment lang und nickt dann äh genau du findest gelai und du sagst ihm dass der faule fußler seinen hinter dir herbewegen soll ich zahl dir auch was dafür er runzelt die stirn wenn du ihn gefunden hast und jetzt zisch los du hast gesagt er wäre vielleicht in der schwellenden leiche wo ist das hab mein tagebuch auf den neuesten stand gebracht südöstlich von hier geh durch das südtor und dann ungefähr ein häuserblock nach osten da draußen hängt ein ganzer haufen trunkenbold herum kannst gar nicht verfehlen gelai ist bestimmt irgendwo da zu finden gut dann gehe ich mal los und suche ihn lebt wohl schön wir werden von einem zum nächsten geschickt also für ihn sollen wir jetzt diesen gelai suchen für diesen ma sollen wir die kiste zu einem kua irgendwas bringen und wir sind immer noch nicht unser ganzes zeug los geworden sie redet irgendwas über die dame wohin auch immer ihr schatten fällt sollen männer fallen komisch komisch ich kann das ende voraussehen ne ne mit so sollen wir nichts zu tun haben und was macht der denn mit seinem messer sprechen wir ihn mal an du siehst eine dürre menschenähnliche gestalt deren gelbliche haut und verschiedenen leuchtenden tätowierungen bedeckt ist ihre augenbrauen sind mit einem schwarzen kohlestift nachgezogen und ihre zähne sind zugespitzt als sie dich bemerkt winkt er dich her dabei klappert sie mit würfeln in ihrer haut äh hand sei gegrüßt er setzt ein wildes haifisch ähnliches grinsen auf und seine augen sind wie glänzende schwarze kugeln seine stimme ist tief und krächzend gau grüß dich ebenfalls du bist doch gekommen um ein spiel zu spielen oder äh nein lebt wohl erledigt glücksspiel ist immer so eine sache sooo eine geschichte für einen klimper ne wollen erstmal unsere sachen loswerden ok versuchen wir es bei ihr sie wollte eigentlich nur geschirr verkaufen aber vielleicht nimmt sie auch ein bisschen was von unserem zeug diese attraktive junge frau lächelt ihr allen passanten zu und versucht sie anzulocken indem sie ihre ware preist Teller, Krüge, Tassen, Humpen, trinkt aus Kälchen dieser feinsten Herren als sie dich sieht winkt sie dich wie einer alten Bekannten heran darf ich sehen was du hier verkaufst ich verkaufe Teller, Tassen, Krügen, Humpen, Messer und dergleichen mein Herr alles von der lesens der Qualität mein Herr sie geht einen Schritt zurück und öffnet den Deckel einer Kiste die auf dem Wagen hinter ihr steht schaut euch meine Waren an ihr könnt auch gerne Fragen stellen Fragen zu Humpen haben wir jetzt nicht unbedingt also gucken wir uns mal die Kiste an und schauen ob sie was von uns kaufen will aber anscheinend will sie wirklich nur ihre Sachen verkaufen du schaust in die Kiste sie ist voller Teller, Tassen, Krüge, Humpen, Messer und dergleichen alles von unterschiedlichster Qualität wie es scheint aber es sind durchaus ein paar nette Sachen dabei während du die Ware begutachtest drängst du dich an dich heran ist was dabei mein Herr? ihr langes welliges Haar streift deine Schulter es duftet leicht nach Vanille wo kommt das denn alles her? sie grinst vielsagend meine Liebhaber sind allesamt Einbrecher mein Herr sie haben diese Waren aus den Edelhäusern Segels geklaut als sie dein verdutztes Gesicht sieht lacht sie ach Unsinn mein Herr mein Vater und meine Brüder sind Kesselflicker was ihr seht sind alles ausgemusterte Waren von Adeligen die sie wieder brauchbar gemacht haben äh ja genau oh mein Herr warte doch sie legt ihre Hand auf deinen Unterarm sie fühlt sich samtweich an und ihr seid sicher dass ihr nichts braucht? für zu Hause oder zum Verschenken Korkett beißt sich auf die Lippe und neigt den Kopf leicht zur Seite ähh der Teller da ist hübsch was mein Herr das hier? ähm ähm nein der warte das ist lächerlich ich brauch keinen Teller ich hätte da ein paar Fragen ihr trauriger Blick macht ihr fast ein schlechtes Gewissen langsam schließt sich die Kiste tut mir leid mein Herr ich habe keine Zeit für Fragen ich muss verkaufen so viel ich kann bevor der Tag zu Ende geht denn zu Hause gibt es viele hungrige Mäuler zu stöpfen das kann ich verstehen leb wohl sie ist sehr geschickt und wir wären fast drauf reingefallen aber Teller wollen wir wirklich nicht kaufen was ist mit dir? du siehst einen spindeldürren Kaufmann dessen Kinn von grauen und roten Bartstoppeln geziert wird er trägt mehrere Schichten leuchtend bunter Roben so dass er aussieht wie eine Flagge mit Armen und Beinen er zittert leicht während du ihn ansiehst Ignorieren wir ihn mal kurz und gucken uns den Markt an? ne wir grüßen ihn ich Gisgol Gisgol er verbeugt sich und breitet die zitternden Hände aus dabei bemerkst du dass seine Hände und Arme eine verwachsene Masse von schwarzen Narbengewebe sind als ob sie eine starke Verbrennung erlitten hätten äh wobei hast du deine Hände so verletzt? Opsgol scheint dich nicht gehört zu haben er antwortet nur wieder im gleichen dumpfen Tonfall mit seinem Seermann Gisgol verkauft Stoff verkauft Stoff wäscht Stoff pflegt Stoff und er deutet mit seinen zitternden Händen auf seine Kleiderschichten trägt Stoff ha na gut er ist wohl auch taub also gucken wir uns einfach mal an was er so hat er hat Bandagen, Nadel und Faden und Lumpen also Laden und Nadel und Faden und Bandagen können wir auf jeden Fall gebrauchen und er würde uns die Rüstungsteile sogar abkaufen aber die behalten wir erstmal noch, vielleicht kann man die später gebrauchen klar, dass wir die Kupferroringe nicht verkaufen können äh die Bronzerringe nicht verkaufen können und die ganzen Keulen aber gut erstmal kaufen wir eben die beiden ab Inventar ist voll ok wir kaufen die beiden doch nicht ab wir kaufen nur mehr Bandagen ähm hm er hat wohl sehr sehr viele Bandagen das soll erstmal reichen erledigt oh was ist das denn für einer erledigt mit dem sprechen wir nochmal das schwarz geschubte Reptil ragt ganze zweieinhalb Meter in die Höhe seine Größe wird jedoch durch seine dünne schlangenartige Statur ausgeglichen es zieht einen langen Greifschwanz hinter sich her und seine ledernen Flügel sind hinter dem Rücken verhakt dem Wesen entströmt ein starker Essiggeruch und nicht wenig Hitze es scheint dich nicht zu bemerken Seid gegrüßt huha Meister du willst mit dem Geschöpf sprechen aber Morte unterbricht dich schließ ab du solltest nicht mit jedem Scheusal auf der Straße schwafeln lass es sein hm ne wir sind so neugierig ich wollte ihm ein paar Fragen stellen nein lieber nicht Morte wirft einen Blick auf das Geschöpf wendet sich wieder zu dir und flüstert dir zu die sind leicht reizbar lass uns einfach gehen na gut wir sollten vielleicht diesmal auf Morte hören wir können die später immer noch ansprechen wenn wir ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt haben und bessere Waffen haben ich bin weg hm hm ist das da ein Müllfass da könnten wir da unsere Keulen loswerden ja scheint so zu sein jede Menge Lumpen drin ok was schmeißen wir nochmal weg Lumpen brauchen wir nicht das Stemme also brauchen wir auch nicht die Rüstungshalle brauchen wir der Kopfstein ist skurril den will ich behalten und die Nachrichten aus der Leichenhalle können wir alle weg das Buch von Knochen und Asche behalten wir da waren ein paar Nachrichten drin äh paar Notizen drin über die Beschwörung von Skeletten und dergleichen vielleicht können wir das halt irgendwann in die Kommanden verkaufen und Morte können die ganzen Keulen da mal reinschmeißen wenn die komische Dame ihn mal durchlässt so Keule weg die verrosteten Dolche können auch alle weg so schon haben wir wieder Platz na speichern wir doch mal LP 009 Bait 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 Untertitelung des ZDF, 2020